Die größte Ausstellungsfläche auf der Vienna Autoshow hat der VW-Konzern. Ein Highlight bei Volkswagen ist die Österreich-Premiere eines neuen Mitglieds der Golf-Familie. Was kann der Sports-Van? Ja, der Sports-Van ist praktisch die dritte Karosserie-Variante des neuen Golfs, der als Van, wie der Name schon sagt, mehr Raum bietet, vor allem in der Höhe und damit gerade kleinen Familien die Möglichkeit gibt, nicht nur im Innenraum entsprechend Platz zu haben, sondern auch entsprechend Gepäckraum unterzubringen. Wird es dieses interessante Fahrzeug auch mit dem Allradantrieb vor Motion geben? Die Frage habe ich befürchtet. Das Auto wird es vorerst leider nicht mit dem vor Motion geben. Punkto Elektrifizierung der VW-Modellpalette ist heuer einiges zu erwarten. 2014 wird sicherlich das Jahr der alternativen Antriebe bei Volkswagen sein. Wir beginnen heute mit dem Vorverkauf des E-Up, des ersten voll rein elektrisch angetriebenen Volkswagen. Und im Laufe des Jahres wird der Golf auch noch als Elektroauto E-Golf erfolgen. Der E-Up mit 82 PS, der Golf mit 115 PS, also mit ausreichend Leistung, sodass diese Autos die volle Praxistauglichkeit besitzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017